Ah, Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer kleinen Runde, kleinen Runde ja genau, kleinen Auslosung und zwar haben Janik und ich, wie einige vielleicht, einige unserer Podcast-Hörer vielleicht wissen, den Adventskalender von MMUGA gehabt, wo super Spiele drinne waren, ne Janik? Hallo? Janik ist einfach weg oder was? Achso, Janik ist weg, okay. Warte. Egal, gut, ich rede einfach erstmal weiter, erklär das. Und zwar sind da in dem Spiel, sind da 24 Spiele bei gewesen, ein Spiel haben wir ja verlost, was einige vielleicht auch wissen oder die glückliche Gewinnerin, die weiß es vielleicht auch noch, aber es sind ja dann noch 47 Spiele über und wir dachten uns jetzt, komm, wir machen mal wieder ein Schrottwichteln zum neuen Jahr, also für Januar jetzt und jeder bekommt ein Spiel, spielt es dann, keine Ahnung, eine Stunde oder so und schneidet die lustigsten Szenen raus für euch dann. Ich habe eine Frage. Ja, Sven. Wenn das Spiel Spaß macht, darfst du es auch länger spielen. Wenn es dir Spaß macht, darfst du es auch länger spielen, aber du solltest es auf jeden Fall. Du musst ein schönes Video für die Zuschauer machen. Genau, du musst ein schönes Video für die Zuschauer machen. Gut. Okay, gut. Was haben wir gesagt? Svens Video losen, äh, Sven losen zuerst aus, ne? Ich bin der Erste. Sven ist der Erste und, ah ja, wir losen jetzt das Spiel aus und danach gehen wir auf Watchtogether und gucken uns den Trailer zum Spiel an, damit die Zuschauer auch wissen, was auch heißt. Und wir klicken. Hell's Little Story. Hell's Little Story. Okay. Zwei. Zwei ist wichtig. Okay. Okay, was ist das? Dann gucken wir mal. Hell's, ne? Hell's Little Story. Zwei. Ähm. So ist das, dass du den Trailer schnell raussuchen. Ja. Ja, wenn du den Trailer gerade hast. Gameplay? Gameplay, ich hab ihn hier, Hell's Little Story 2 Gameplay, oder? Guck mal auf dem Bildschirm. Ja. Ja. Achso, hast du schon gestartet. Ja, sehr gut. Oh, Sven, das ist dein Spiel. Siehst du alles, Sven? Ich sieh alles. Ja, ich guck mir das bei dir in der Bildschirme betroffen. Mach ich auch. Geil, also. Ich beneide, Sven, schon. Ich auch. Boah, boah, Sven, also. Ah, ist er. Sieht das Spiel wieder geil. Bin schon neidisch. Ich auch. Boah, man kann so rennen. Und springt. Ja, du spielst Super Mario und Scheiß. Alter, guck, das mal nicht. Ich hab einfach, halt, wie geil. Obwohl du kannst echt einen Weg sind. Du bist mit links und dann. Das ist mit Super Mario nicht. Guck, ich bin sogar besser als Super Mario. Also, ich bin auch echt neidisch. Ich würde das auch gerne haben, das Spiel. Was, falsche Schaden oder was war das? Der hat doch einfach Schaden gekriegt. Guck mal, um nichts. Oh, mit wirklichen Plattformen. Ich bin so... Also, das ist wirklich geil. Oh, jetzt hat er Schaden gekriegt. Er kann sogar angreifen. Boah, Sven, das ist echt. Boah. Aber verteidigen ist, äh, also... Alter. Schieß doch! Ich merke's schon, der Bogen ist echt ne krasse Waffe im Spiel. Das beginnt so wie Zelda, ne? Ja. So Zelda, Part, noch ein bisschen von Super Mario, und dann kommt das rein. Also, Sven, ich glaube, damit hast du so ein schönes... Oh, jetzt ist er gestorben. Jetzt ist er gestorben. Hätte ja wirklich ein Sven-Move gewesen sein. Gar nicht wahr. Gar nicht wahr? Sven wäre schon direkt gestorben beim ersten Spiel. Erster Sprung. So, das war... Das ist ein geiles Spiel. Okay. Geiles Spiel, dann setzen wir mal Namen Nummer 2. Janik! Bereit? Ja, das geht ab. Und das geht ab. Komm, Kaling. Oh! Das untere. Das erste ist ja... Habermuse... Ah, jetzt. Ja, achso, okay. Manic Miners. Manic Miners. Was ist das? Ich spiele ich meinst wieder, oder? Ich weiß nicht, ist das dein Spiel? Nee, das ist eins von meinen Spielen, was ich gekriegt hab. Oh. Hast du den Trailer schon? Kann sein. Spectrum Game. Ist das ein 2D-Spiel? Das weiß ich nicht. Aber Miners könnte sein, ja. Das Spiel heißt Manic Miners. Vielleicht... Vielleicht zeig ich das Richtige. Die für die... Die da... Ist es das? Ich hab Zeit, Berndi. Ja, ich guck einmal kurz auf Steam. Das wird gecuttet. Naja. Penis. 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 Joghurt. Ich glaub, ne, mach ich. Gegenstab in einer anderen Seite. Okay. Reden. 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 Internet? Ja, das ist alles gut. Reden. Reden. Gefolgt von Telekom. Wo meine A. Neu. shop dieses wenig mannig mein meiner mannig jörg ist das mannig da mannig meiners super wirklich keinen einzigen absturz kein rückblick das ist ein anderes wir gucken uns das bei steam an das ist ein spiel ja ich bin begeistert was ich vermisse was ich kann mich auf der terraria fahren das ist so ein bisschen hier wie ihr guckt oben rechts mit dem baum weißt du das ist so ein bisschen hier wie terraria ja und bitte es hat es kommt namens wer ist denn jetzt klick das in dieses handy game lekt das video bei euch auch so ich mache auf pause wir haben es ja gesehen wir haben es jetzt gesehen das ist dein spiel jannik richtig geil also ich sehe mich da aus ich sehe mich ich sehe dich da auch sonst fällt schon ein display raus geil steh ich mir rein so wähle name nummer drei aus ja ich sehe jetzt bei den kühen bei den kühen ich sehe mich bei gangsterwomen ne 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 ja ja ok achso jetzt wird er warte ich mach mal nur einen namen weil jetzt sind hier drei unterschiedliche warte kurz so jetzt hätten wir einfach den dritten genießen weißt du jetzt wieder nochmal hier achso jetzt klingt auch besser das klingt noch besser ne wär das alte hätte wäre so glaube ich gar nicht so verkehrt gewesen was du gerade hast echt jetzt ja das wäre schon der richtige gewesen ist mit dem mystic und du hast okay mystic du hast feiert oh god oh god oh man ey ich hab's so gesehen gefunden weil ich so ein lutscher wieder so ein lutscher wieder irgend so ein lutscher der hat in einem Bett gespielt ja oh god funktioniert nicht mehr ja lauer ist die game-lutscher Bob Ernd und dieses lenken alter geil Wolfenstein das alte genau oder sowas ey oh was ist das was muss ich hier tun oh man oh man ich sprich russisch was mache ich mit dem Ding ich weiß nicht wer für uns das beste spielt hm boah boah geil da seh ich nicht so was ich äh attackiere blau in meiner so wir wollen keine anderen Leute führen mit meinem Ding hier aber ey mach auch Pause Yannick da gibt's jeden geilen wirklich Slap weißt du ne ja ich äh ich freu mich schon muss ich schon sagen also was sagt ihr über eure Spiele ey du ich bin begeistert wäre auch begeistert begeistert alle begeistert ich hab ein gutes Spiel bekommen ihr habt gute Spiele bekommen ja ne Sven wollte nicht verhandelt das ist ok man ihn ähm ähm jetzt müssen wir noch eben die Zuschauer entscheiden lassen was mit den restlichen 44 44 Spielen passieren soll das heißt Sven die alle jetzt plain hintereinander was Sven macht ein großes äh Video wo er alle Spiele spielt und alle vorstellt es sind aber auch nur 3 Spiele doppelt oder so wo ihr jedes Video eine Minute lang vorstellt wenn ihr dafür seid lasst ein Like dann ja entscheidet in den Kommentaren was mit den restlichen 44 Spielen passieren soll ja und damit wärs das auch schon ne ja ja jeden Freitag gibt's wird geil jeden Freitag gibt's dann ein lustiges hoffentlich lustiges Video mit Sven fängt an hallo mit nächste Woche nächste Woche Freitag dann kommt meine Wenigkeit mit dem super Wolfenstein Abklatsch Spiel und dann kommt Yannick mit seinem Endlevel Shit Game ja ja äh seh ich uns schon wo seh ich uns das macht Spaß ja das ist das ist doch toll ok gut aber schreibt in die Kommentare was mit den äh restlichen Games passieren soll ob wir die verlosen sollen ob wir die nochmal äh ob wir die so an euch Zuschauer verlosen sollen ob wir die nochmal unter uns verlosen oder whatever ja nochmal unter uns nochmal unter uns noch mehr Spiele für uns lass ein Like da und ein Abo Like und ein Abo da lassen oder und Glocke drücken Glocke drücken genau auf jeden Fall äh danke für sein Schalten und bis nächstes ah ne Sven muss sagen bis nächste Woche Freitag ja bis nächste Woche Freitag tschau tschüdelü tschüdelü bis in dem Monat hh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017